Die Zinsen sind historisch niedrig, aber trotzdem gehört ein Festgeld aus gutem Grund als risikofreier Teil der Geldanlage für viele Deutsche, Österreicher und Schweizer mit dazu. Und hier lohnt sich ein Vergleich, wer die besten Zinsen bietet. Aber nicht nur das, sondern auch noch mehr Kriterien entscheiden. Alle Infos zu den besten Anbietern jetzt im Video und damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex. Ja, Tages- und Festgelder haben ein Problem. Nämlich das Problem kurz- und mittelfristige Anlagen, denn sie können im aktuellen Niedrigzinsumfeld trotz längerer Laufzeit nicht viel Rendite bieten. Da der Leitzins in der EU bei 0% liegt und die sogenannte Einlagefazilität, also wenn Banken überschüssiges Geld bei der EZB parken wollen, das Ganze kostet die Banken mittlerweile Geld und der Zins dafür beträgt minus 0,5%. Und weil die EZB dafür Geld verlangt, gibt es auch bei den deutschen Banken fast nichts an Zinsen zu holen. Und das ärgert natürlich alle Leute, die viel oder ihr gesamtes Geld sogar auf dem Girokonto haben. Aber manches Geld will oder muss man für eine bestimmte Zeit parken. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass man in ein paar Monaten oder Jahren eine größere Anschaffung vornehmen möchte oder ein Haus bauen möchte oder was auch immer und das Geld einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht oder das allgemein der risikofreie Teil der Geldanlage sein soll. Hier kann man den Betrag dann nicht in riskante, aber dafür auch renditestarke Anlagen wie ETFs, Aktien, P2P-Kredite oder eben vergleichbare Produkte mit längerem Anlagehorizont investieren, sondern eben in diese kurz- und mittelfristigen Laufzeiten. Die Zinsen sind dementsprechend deutlich niedriger, aber müssen nicht bei 0% liegen, da es auch im EU-Ausland Länder und Banken mit guter und sogar sehr guter Bonität gibt und das Ganze nicht nur in Deutschland gegeben ist. Erstmal aber eine Übersicht zu den größten Anbietern im Markt, denn leider gibt es nur wenige gute Plattformen, da die Saavedo mittlerweile zur Zinspilot-Mutter Deposit Solutions gehört und der Deutsche Bank Zinsmarkt nur drei Partnerbanken im Ausland hat. Im deutschen, schweizer und österreichischen Markt gibt es also nur zwei Marktführer. Das sind Weltsparen auf der einen Seite und Zinspilot auf der anderen. Saavedo zähle ich hier zu Zinspilot. Mit all diesen Plattformen kann man über ein Konto bei dem jeweiligen Anbieter die besten Zinsen für Fest- und Tagesgeld in Europa nach eigener Auswahl mitnehmen und das auf eine sehr einfache Art und Weise. Hier entfällt bei der Anmeldung die Suche nach dem aktuell besten Tages- oder Festgeldkonto und du kannst deine Anlage nach deinen Kriterien selbst steuern und Weltsparen, Zinspilot oder Saavedo eben die Arbeit überlassen, dein Geld zu einer Bank zu bringen. Zur Abwicklung von dem ganzen nutzt Weltsparen die Raisin Bank, die sich Weltsparen einverleibt hat und nun eine Tochter von Raisin ist und dort wird ein Girokonto von euch unterhalten. Das Ganze dient als Legitimation für die Partnerbanken mit Tages- und Festgeld und nach Fälligkeit wird das Geld eben auf dieses Konto zurücküberwiesen. Man muss sich also nur einmal verifizieren und hat dann Zugriff auf alle Angebote auf der Plattform ohne ein neues KYC, also kenne deinen Kundenprozess mit dem Upload von Personalausweis und Co. Das entfällt nach der Anmeldung. Bei Zinspilot gilt das gleiche bezüglich einmal anmelden und alle Angebote nutzen können und du erhältst ein Girokonto bei der Hamburger Sutor Bank und bei Saavedo gibt es ein Konto bei der Flatex Bank. In bestimmten Fällen können aber weitere Dokumente auch noch notwendig sein. Alle Anbieter verlangen kein Geld von dir als Anleger, sondern bekommen eine Provision von der jeweiligen Bank, bei der du ein Tages- oder Festgeld eröffnest und gleichzeitig hast du aber auch immer die Entscheidung, am Ende der Laufzeit dein Geld eben vom Referenzkonto beim gleichen Tages- oder Festgeld zu verlängern, ein anderes Angebot zu nutzen durch die Plattform oder eben dein Geld auch abzuziehen. Und werden wir jetzt mal ganz konkret und sprechen über die Zinsen, die man bei den jeweiligen Plattformen bekommt. Das am höchsten verzünste Angebot bei einem Festgeld für ein Jahr liegt aktuell bei der Anlage von sagen wir mal 10.000 Euro und einem Jahr Laufzeit bei 1,01% pro Jahr bei der portugiesischen Haitong Bank. Das ist eine Tochter der chinesischen Haitong Investment Bank. Ihre Aktie sieht im Chart folgendermaßen aus, also nicht ganz so schlimm wie bei einer Commerzbank, Da man aber trotz Regulierung und Co. nicht unbedingt sein Geld an eine chinesische Bank im Länderkreditwürdigkeitsrating schwächeren Portugal geben möchte, gibt es hier auch Alternativen, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Für ein Tagesgeld gibt es die höchsten Zinsen bei der Avida Bank aus Schweden, die auf einen Betrag von 10.000 Euro 0,2% Zinsen pro Jahr bietet. Da das Tagesgeld aber nur dafür sinnvoll ist, wenn man das Geld in wenigen Monaten benötigt, zum Beispiel für eine Sparplanausführung, die man nur quartalsweise macht, sollte man nicht den Kopf über die zweite Stelle hier hinterm Komma zerbrechen. Man sollte hier vor allem auf die Stärke der Bank setzen und auf die Stärke vom Land, in dem die Bank sitzt. Das sind die zwei wirklich wichtigen Kriterien und nicht, wie viel Zins kann man eigentlich noch hier mehr rauslocken. Norwegen und Schweden sind neben Deutschland hier als Staaten mit bester Bonität bewertet, die ein sogenanntes AAA oder AA-Rating haben und ihr Versprechen zur EU-Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Konto am besten garantieren können. Da pro Kopf und pro Bank 100.000 Euro abgesichert sind, sollte man bei größeren Summen als 100.000 Euro den Betrag auf mehrere Banken aufteilen und jeweils unter den 100.000 Euro idealerweise bleiben. Die Ratings von Norwegen, Schweden, der Niederlande und Deutschland gelten hier als highest oder very high investment grade und stellen weltweit die bestmöglichen Bonitäten dar und damit auch das geringste Risiko. Auch sehr gut, aber nicht spitze im Rating sind Estland, Belgien, Tschechien, Österreich, Frankreich und Irland. Um besonders beim Festgeld höhere Zinsen zu erzielen, würde ich diesen risikofreien Teil vom Portfolio nicht für die kleine Zinsdifferenz in Länder mit schlechterem Bonitätsrating als eben diesen genannten platzieren, zum Beispiel Griechenland, Italien, Bulgarien, Kroatien oder auch Zypern, meiner neuen Heimat. Die haben nämlich nur ein gutes bis spekulatives Rating und hier möchte ich einfach im risikofreien Teil meiner Geldanlage persönlich nicht solche etwas riskanteren Produkte haben, auch wenn sie mehr Zinsen abwerfen können. Stattdessen sollte man lieber die Verantwortung für das eigene Geld übernehmen und hier nicht falschen an der falschen Stelle, wie ich das konkret mache, erfährst du in diesem Video hier. Bei der Auswahl der Bank bzw. des Angebotes sollte man unbedingt auch auf die Besteuerung achten und wer es am einfachsten haben will, sollte nur Angebote nutzen, die keine Quellensteuer abziehen. Das heißt, wenn in dem entsprechenden Land keine Quellensteuer hier entfernt wird. Schweden und Estland bilden als Länder mit der besten Bonität hier neben Deutschland sich an und liefern auch vergleichsweise sehr gute Zinsen. Man muss also nicht auf die riskantesten Länder und Banken in Europa zurückgreifen, sondern bekommt gute Leistungen auch schon bei besser besicherten Banken und Ländern. Die Quellensteuer kann unter anderem in Tschechien, der Slowakei, Kroatien, Rumänien und Belgien auf 0% gesenkt werden, allerdings erst auf Antrag und beträgt sonst zwischen 12 und 30%, kann also sehr viel von euren Zinsen auffressen. Hier gilt es also, die Angebote entweder zu vermeiden aus diesen Ländern oder rechtzeitig die entsprechenden Anträge bei der Plattform abzuschicken. Zurück also zu den drei großen und guten Plattformen. Weltsparen, die zur Raising GmbH gehört, sowie Zinspilot, die zur Deposit Solutions GmbH gehören und 2013 bzw. 2015 gegründet wurden und Stand Oktober 2020 hat Weltsparen 98 und Zinspilot knapp 40 Partnerbanken. Saavedo fügt hier noch 14 Partnerbanken hinzu, also insgesamt 54 Partnerbanken auf der Zinspilot-Seite. Bei der Auswahl an Festgeld für ein Jahr sieht die Verteilung aktuell folgendermaßen aus. Wer für weniger als ein Jahr Geld anlegt, also 6 bis 9 Monate, der hat bei Weltsparen 41 Angebote ab 0,7%, bei Zinspilot sind es 21 Angebote ab 0,7% und bei Saavedo 4 Stück ebenfalls ab 0,7%. Die Angebote für ein Jahr belaufen sich auf 62 Partnerbanken bei Weltsparen ab 1,01% bei der chinesischen Bank und 1% bei der tschechischen J&T Bank sowie 32 Stück ab 0,9% bei Zinspilot mit der rumänischen BRCI Bank und 8 Angebote bei Saavedo ab 1%, ebenfalls die tschechische J&T Bank. Interessant für alle, die ihr Geld in Deutschland lassen wollen, ist die Krenke Bank, die bietet aktuell 0,6% Zinsen für Festgeld mit einem Jahr Laufzeit bei Weltsparen und für alle Zuschauer aus Österreich und der Schweiz, Saavedo ist für Schweizer Anleger offen und Weltsparen auch für Österreicher, Zinspilot ist leider nicht dafür offen. Kommen wir zum Fazit vom Video. Am Ende des Tages hat Weltsparen mehr Auswahl und bessere Zinsen. Sowohl, wenn man sich die Auswahl in verschiedenen Laufzeiten anschaut, das heißt, wenn man unter einem Jahr anlegt, wenn man ein Jahr anlegt oder länger als ein Jahr anlegt, dann hat man hier mehr Partnerbanken und diese Partnerbanken werfen auch etwas höhere Zinsen ab, auch wenn das teilweise nur minimale Unterschiede sind, bekommt man bei Weltsparen die beste Auswahl. Zinspilot und Saavedo können trotzdem attraktiv sein, vor allem in Kombination die beiden zu nutzen, aber irgendwann werden die sicherlich zu einer Marke fusioniert. Da bin ich mir persönlich ziemlich sicher. Ja, aber am Ende des Tages muss hier jeder selbst entscheiden, wo er hingeht und bei welchen Banken er vor allem investiert. Ich, wie gesagt, mache das persönlich nur bei sehr sicheren Banken. Die Links zu allen Plattformen und Boni, die du durch diese Links bekommst, die Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Ja, ich freue mich jetzt von dir in den Kommentaren zu hören, was eigentlich deine Taktik ist, hier bei dem risikobefreiten Teil der Geldanlage, wie du hier vorgehst. Und falls du noch kein Abonnent bist, lass mir hier ein Abo durch den Abo-Knopf da. Und hier ist noch mein letztes Video und meine Empfehlung für dich.